Vor drei Jahren habe ich meine kleine Schwester verloren. Es muss jemanden geben, der helfen kann. Es muss jemanden geben. Die rohen den Wald und werden da graben. Wieso hast du sie geheiratet? Nathan, was hast du getan? Sprich nie wieder von meiner Frau. Und wer war das? Bob. Das hier sind Sie und Mr. Morrow um 4.02 Uhr. Wie bitte? Das Einzige, was ich will, ist, sie glücklich zu machen. Sie ist einfach glücklich. Und da ist noch dieser Typ. Du hältst dich fern von meiner Familie. Du musst es ihr sagen. Ihr was sagen? Stell du das richtig an mich. Wieso nicht? Das liegt Jahre zurück. Sie verfolgt mich, Nathan. Wenn ja, dann gib mir ein Zeichen. Das ist ja jetzt. ARD Text im Auftrag von Funk